Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. Mehrmals gastiert im Juni die Schauspielsparte vom Theater Basel in Biersfelden und zwar mit einer ganz speziellen Produktion von Christoph Martaler im Roxy und in den Räumlichkeiten der alten Gemeinsverwaltung an der Hartstrasse. Das Stück heisst Abteilung Leben. Biersstatt-TV Biersfelden war bei der Hauptprobe dabei und weiss mehr. Und um das geht es in diesem Stück. Das Stück hat den programmatisch wie vielleicht auch rätselhaften Titel Abteilung Leben. Ich würde wahrscheinlich nicht falsch liegen, wenn ich sagen würde, darum geht es. Es geht um das Leben. In einem Verwaltungsgebäude, in einer, vielleicht steht das ja sogar für das, worin wir überhaupt leben, in einer verwalteten Welt. Mit seltsamen bürokratischen Regeln, mit Insassen oder Akteurinnen und Akteuren, die allen irgendwelchen Verrichtungen nachgehen, die aber allesamt rätselhaft bleiben und nicht wirklich nahbar sind. So ist es überhaupt zu dieser aussergewöhnlichen Zusammenarbeit gekommen. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Wir sind ja im Januar 2021 umgezogen, das ist gut zwei Jahre her, jetzt in die Neugemeinsverwaltung an der Hauptstrasse vorne. Und haben eigentlich seit diesem Zeitpunkt immer wieder nach Möglichkeiten gesucht, das Gebäude zwischenzunutzen. Man hat auch verschiedene Ideen gehabt, die aus dem Kulturkreis, die uns herantragt worden sind. Aber es hätte nie richtig etwas klappen wollen. Unterdessen haben wir schon fast so ein bisschen aufgegeben und haben gedacht, ja gut, dann muss halt das Gebäude, die Räumlichkeiten leer stehen. Wir haben dann aber wieder über Verbindungen aus dem Kreis vom Theater Roxy, hat sich eine Verbindung zum Theater Basel gegeben. Wo die Anfrage gekommen ist, könnten wir allenfalls die Verwaltung nutzen für eine Produktion wie Christoph Martaler. Und das ist für uns natürlich eine top Gelegenheit gewesen, was wir sehr schnell zugesagt haben. Wir hatten nach den letzten Arbeiten mit Martaler der letzte Pfiff und was war davor? Er hat an einer Oper gearbeitet bei uns im Theater in Basel. Hatten wir die Idee, etwas zu tun, was Christoph schon ein paar Mal vorher gemacht hat. Nämlich site-specific zu arbeiten, das heisst an Orte zu gehen, die jetzt keine genuinen Theaterorte sind, sondern die eine bestimmte Aura oder eine Geschichte mitnehmen und die halt theatral zu bespielen. Die Gemeinde Biersfelden ist grundsätzlich offen für weitere Zwischennutzungen und stolz auf die Produktion. Da fühlen wir uns schon ein bisschen geehrt, die Produktion vom Theater Basel, die sicher einen sehr guten Ruf hat. Dann noch mit Christoph Martaler, der sogar mir als jetzt nicht Theaterprofi etwas gesagt hat. Und da sind wir natürlich grundsätzlich sehr interessiert daran gewesen. Und fühlen uns schwachlich geehrt und denken, das hat auch eine gewisse Ausstrahlung auf Biersfelden oder gewöhnt oder strahlt auch ein bisschen positiv auf Biersfelden ab. Die speziellen Räumlichkeiten stellen eine besondere Herausforderung dar. Zunächst muss man sich eindeutig zu den Räumen, zu den Räumlichkeiten ihrer bisherigen Nutzung oder sowas verhalten, zu der Atmosphäre, zu der Aura des ganzen Ladens. Aber darf das nicht doppeln, darf das nicht illustrieren oder durch irgendwelche Kommentare versehen. Christoph hat immer gesagt, so spielt kein Büro, spielt sowieso, spielt nicht Theater da drin, sondern bleibt so distanziert und nicht so wirklich lesbar da drin. Ich glaube, das ist die Aufgabe da drin. Nicht wirklich ein psychologisches Spiel zu betreiben, sondern dem Ganzen auch möglicherweise distanziert, vielleicht auch sich selber an seinem Spiel distanziert zu begegnen. Gezeigt wird ziemlich Absurds, zum Teil sogar urchromisches Theater, eine Art Mischung aus L'Orient, Emil und Buchhalter Nötzli. Ob das jetzt in der Tradition des absurden Theater steht, sagen wir mal dahingestellt, steht mit Sicherheit in der Tradition von früheren Marthaler-Stücken. Sei es auf der Bühne, sei es auch an Orten, an städtischen Orten, die er schon verschiedentlich bespielt hat mit seinen Ensembles. Tatsächlich ist ja das Absurde, wenn es in irgendeinem Sediment unseres Daseins, verstehen wir, dass das sinnlos und lustig ist. Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert. wieVEía können wir sieчifizieren. wenn sehr gut Sie sicher halten. Und nicht zufrieden, Vielen Dank.